Musik 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 Hier lecker, schmecker, spaßendecker Wir sind zurück bei Brutal Legend Mit unserer Wenn ich in die Richtung komme 19. Folge Ja, die 19. Folge Das heißt, nur eine Folge, bis wir die 2 vorne anfangen Hooray Und wir haben den Angriff von Ophelias Lakaion überlebt Das sind jetzt 3 Worte, nachdem wir Leinweit Was ist denn das für eine Art wir gerade? Leinweit besiegt haben Und nun Schauen wir, wo wir überhaupt hin müssen Weil ich habe gerade keinen Plan Da leuchten die Lämpchen, guck da, da leuchten sie Und genau da düsen wir dann auch jetzt mal direkt hin Mit unserem Heißgeliebten Hot Rod So, uff jetzt Ja So eine Fati ist schön Oh, was haben wir hier? Moment, 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 hier ist noch der Eingang zu Ossi Flup Flup Den sollten wir vielleicht vorher aktivieren Das wäre vielleicht nicht so schlecht Wenn wir mal wieder schicken wollen Jo Zack Du fährst hoch Ich fahr weg Wunderbar weh Wunderbar Wunderbar Kann wir jetzt was bei denen machen Ich versuche es mal mit dem Battle Cry Ich glaub zwar nicht an, dass es was nützt. Äh, nö. Das heißt, da fehlt uns noch was. Und, ähm... Wie komm ich denn jetzt da hinten hin? Hier, in dieser Folge, seht ihr einen planlosen Firefox, der einfach wild rumfährt und keine Ahnung hat, wie ihr zu seinem Ziel kommt. Vielen Dank, dass die wieder eingeschaltet haben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So... Können wir... Oh. Oh, hier geht's auch um, okay. Oh, ja, scheint auch logischer zu sein. Ja, bisschen durch, äh... Durchs Wald und Wiesenthal fahren. Hoffen wir, dass alles so ganz gut klappt. Huiiii, Abwinz, hier war ja... Ich herrsche, hier war ja... Hier komm ich auch nicht weiter. Zu, ihr Dreck hier! Kann man jetzt hin. Wie komm ich denn da... Oh, falsche Taste, falsche Taste. Ich will auf die Karte. Man könnte auch einfach der Straße folgen. Das könnte aber auch zwar einfach sein. Habe ich mich grad eben in der Straße so vertan? Ja, wir investieren jetzt hier gerade sinnlos Zeit. Also ich mach das natürlich nur, um noch mehr Folgen später zu produzieren. Nicht, weil ich keinen Plan habe, wie ich fahren muss. So, kann ich da jumpen? So, dafür kommt's mal jetzt hier... Oh, was haben wir hier? Da haben wir noch so einen Drachen, glaube ich, ne? Das ist echt ärgerlich. Ich würde die gerne mal hier, äh... Würde ich gerne hier mal reaktivieren. Aber... Anscheinend habe ich dafür noch nix. Das ist natürlich irgendwie total ärgerlich. Also mich ärgert das jetzt hier. So. Und jetzt düsen wir mal da hinten hin. Komm. Einmal hier Nös rein. Und dann ab in die Missy. Ohne, dass wir da runterfahren, bitte. So. Die Frage ist, was können wir jetzt hier machen? Hier sind die Blumen. Blumen heißt... Spielen. Und was machen wir dadurch? Jetzt können wir schon Brücken wiederherstellen. Hey Mangus, komm her. You gotta check out this bridge I built. Yeah. You see, Mangus? Those guys from your really understood the value of craftsmanship. And look, people are using it already. What? Wer könnte denn da? Aber coole Karre. Das ist schon so Ophelia. Aber es schlackert so, es wackelt so. Ist echt schade. WT. Mhm, mhm, mhm. Okay. Hey, look, Addy. I finally got myself a car. He's got a special seat in the back. Just for you. Ophelia, what have you done? Well, you know. After you tore out my heart and left me for dead. I'll admit I was a little down. But then I pulled myself together. Started making new friends. Deviculus is not your friend. Can you see he's using you as a tool against us? And I began to use all that stuff you taught me, Eddie. And you know. You taught me so much. You taught me about trust. And loyalty. And betrayal. And you also taught me the power of music. Here's a little song that I've been dying to play with you. There's no one in the back! Oh-oh-oh-oh-oh! Neah, good! Tja, und das war's dann auch mit der Booker wieder? Also, das war's dann auch mit der Booker wieder? Also, vorher hat sie mir irgendwie besser gefallen, war irgendwie auch sympathischer. Hm. So. Hellbleater with the scaffolding. Wo müssen wir hin? Ich muss mein Leuchten finden. Hm. Bin ich froh, wenn ich immer planlos bin. Zum Glück hat dieses Spiel diese Karte. Also wirklich komplett zurück nach Blanethenge. Einmal kreuz und quer. Over the street hier. Einmal durch die, äh... Durch die verweste an... Wegen von... Ja, waren wir, waren wir. Wir waren, wenn wir siegreich waren und wie es jetzt hier aussieht. Das ganze Blinken ist weg. Ah, komm, fahr hier runter. Das hätte der Sender ein bisschen rumfallen. So, dann jetzt hier vorne raus. Ich frage mich so, dass wir den ganzen Schott weggeräumt hast du zwischendurch. Jetzt hier wieder durch, kommt vor. Die ganze Wege versperrt, jetzt sind wir offen. Spiele... Logik. Oh, die sind einfach weggegeben. Oh, schwarz-weiß. So, da sind die Leits. Zack, die nehmen wir auch mit. Ich würde nicht schlafen. Ich meine wirklich, wie lange haben wir weggegeben? Tja... Die ganze Kacke nochmal fahren, das kann ja nicht wahr sein. Ja, bedanke mich für meine Inkompetenz. So... Mal kurz hier ganz flott durch. Ist Gott sei Dank nicht so weit. Ja, das war mal ein Leinweiß-Pracht-Ding hier und jetzt ist es nichts mehr. Das ist echt, äh... Hart, finde ich. Wo wir mal so prunkvoll und so und jetzt eigentlich gar nichts mehr in die Richtung. Das ist jetzt schon... Rottotoppock. Da nehmen wir mal mit, was wir mitnehmen können. Zack, einmal über das Vieh drüber. Hier gehen wir jetzt nochmal Gas. Ab wieder in die Schwarz-Weiß-Welt. Na gut, das kam ja relativ flott jetzt hier. So... Nochmal gucken... Oh, sicher ist sicher, ne? So, weiter geht's. Ja, ich fahr jetzt lieber etwas sicheren Weg als vorher. Furchtbar ist sicher, ne? Aber hier kann man wenigstens landen, oh, das wird zerstört werden. Wiii! Komm, gib Gas hier. Eddie, wir hinkommen. Da ist mein Hensch. Ich mein, hm, das sieht so aus. Lars ist tot, Ophelia hat sich abgewendet. Hm. Ich denke, ich glaube, wir haben einen Plan. Wow. Wir sind lange weg. Schau, wir haben einen Schwarz-Welt. Wir machen Ophelia erst. Und dann kommen wir hier zurück und die Schwarz-Welt aus der Stadt. Okay? Wir haben eine große Partei, ich versuche. Ich mein, schön für die Story. Schade oder schlacker, wenn das Auto fährt und dann, äh, Eddie und so gezeigt werden. Ist ein bisschen, äh... Schade. Help, Leader, mit dem Skank-Folding. Ja, komm. Das machen wir später, weil ich wollte mich erstmal ein bisschen hier umgucken. Und zwar... Haben wir hier auch wieder, äh, Blumen. Zwar Schwarz-Weiß, aber sie sind da. Die Frage ist, was macht es? Huh. Cool. Jo. Was haben wir hier eigentlich alles jetzt gerade? Also ich find's krass, wenn wir uns jetzt mal so die Wälde angucken, was hier passiert ist. Wir haben alles, äh, so in Schwadd und Weiß. Das ist schon... irgendwie traurig. Da hat der böse Lord einfach... ...unter Blendhand übernommen und... Tja. Ach, jetzt weiß ich... Ach, guckt euch mal die Bäume an. Ah, haha, wie gut. Wie gut ist denn das bitte? So, da haben wir unsere Auffahrt zu Ossi Diosborn. Und... Ich hoffe ja gerade wirklich, dass die noch funktioniert, weil... ...ich würde gerne mal nach Updates schauen. Weil wir jetzt offen kommen, wir ein bisschen... ...wat an Zurch haben. Macht er auf? Ja. Ja, macht auf. Ab in den Schwarz-Weiß-Tonnel. Ich hoffe nur, dass es jetzt heller wird. Weeeee! Deh 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 deh! Und da ist er! Tada! Flup! Ich denke, Lot! Ohne Spaß, ich denke, Lot! So! Deuce Upgrade! Exxon Nito-Canistry! Hört sich gut an! Will ich haben! Double Nito-Hört sich gut an! Performance Package! Oh, da müssen wir schneller! Auch nochmal schneller! Ach du Heiliger! Ja! Und da sind wir schon wieder... Warte, war es schon wieder? Sind wir schon wieder blank? Ach! He-Missile Loungeer? Heatsseeker? Eye of... What the... Was ist ein Eye? Very deadly Harness the power of the sea of black tears by launching black protokines of the enemies coated in the sea's fills of the horrible awesome death Hört sich gut an Ehm Nehmen wir mal einfach die neue Waffe mit Wann immer wir spielen, womit wir immer auch spielen können Mini Dropper, Side Burners und dann haben wir die hier Subwoofer Ha 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 Paint Drops Oh mein Gott Was sind das für Styles bitte? Moke Flatters Backpatch, ja sieht man wieder nicht wunderbar hier Äh immer noch Guitar Strings Original Brawlers Moderate Increase the color within really combos Ja nehmen wir das mal mit Sieht auch cooler aus Die Axt ist Feuer Hm hhm hhm Hm hhm hhm schärfen kann und um die Zeit wieder rennt die Zeit Moment geht nach die Verbrauchstelle ja der DT zack 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 싶 zack 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 zackthereum nie jetzt geht doch um da zack 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 oder ist eine auser bitte mit der Ciao jetzt nicht mehr und aber den extra noch und nicht abstürzen nicht zum absturz weil es so schön ist stürzen wir jetzt noch eine Runde ab, liebe Freunde und mit diesem Absturz fangen wir jetzt nicht nur nochmal den ganzen Bereich hier, nein, wir kommen vorne bei Ossi aus da hinten ist Lita hier ist Ossi, Lita, Ossi, Ossi, Lita Ossi, Lita, Ossi, Lita und wir sind ja nicht so bei Lita und helfen die Bäume da hinten zu fällen und für die Brücke und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal Freunde des Medals Bye Bye